Mein Name ist Gustler Hellrohr und ich singe im Chor mit, ich singe Stieke Alt und das passt so. Ja, erstens einmal habe ich im Kindergarten gearbeitet, da singen alle da auch ein bisschen und dann singe ich seit sieben Jahren im Jakoblikor und da singe auch die Stimme Alt und von dem her ist jetzt kein neues Zeug für mich. Eigentlich kein schöner Land, also wenn wir angefangen haben, habe ich denke, das bringen wir nie hin, wird achtstimmig, aber wir bringen es jetzt ganz toll hin und das freut mich und das gefällt mir eigentlich am besten. Für mich eigentlich das Nabucco mit dem italienischen da und mit der Aussprache, aber man arbeitet immer noch dran und lernt die Texte halt ein bisschen auswendig. Also ich finde, was man da in zweieinhalb Stunden sieht, da braucht man bestimmt in der Chronik, wenn man es nachlesen, acht Tage würde ich mal sagen und darum ist das schon ganz sehenswert.